Kelly Family Meinungsverschiedenheit zwischen den Geschwistern? Angelo Kelly spricht Klartext. Es gibt wohl keine bekanntere Musikerfamilie als die Kelly Family. 1974 wurde die Band gegründet. Und auch wenn sich einige Familienmitglieder mittlerweile für eine Solokarriere entschieden haben, besteht die Band immer noch. Bis 2020 war auch Angelo Kelly, 42, mit dabei. Er wurde im Interview mit der Neuen Post auf die Gerüchte angesprochen, dass es wohl Meinungsverschiedenheiten zwischen den Geschwistern geben soll. Seine klare Antwort darauf. Es nervt so sehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Fragen. Das ist wirklich etwas, was so an den Haaren herbeigezogen ist. Weiter erklärte er, dass in einer Familie nie nur eine Meinung herrscht. Niemand tut das. So ist das bei uns auch. Man lernt, Kompromisse zu machen, anderen seine Meinung zu lassen. Wenn man sich mit seinen Freunden streitet, kann man gehen. Aber bei Familie geht das nicht. Und so lernt man, mit vielen Sachen zu leben. Weil sie sind, wie sie sind. Familie kann man sich nicht aussuchen. Aber wir lieben uns und natürlich streiten wir auch. Am Ende des Tages halten wir aber zusammen. Man sollte Unstimmigkeiten nicht überinterpretieren, sondern versuchen, das mit Gleichmut hinzunehmen. Das sagt Patricia Kelly zu der Thematik. Der Meinung, dass es selbst in den harmonischsten Familien zu Streitigkeiten kommen kann, ist auch Kelly Family Mitglied Patricia Kelly, 54. Sie sagte einst im Interview mit der Klosser, Meinungsverschiedenheiten sind da, das ist keine Frage. Ein starkes Team besteht aus unterschiedlichen Meinungen. Jede Facette ist wichtig. So ist es auch bei uns Kellys. Das ist auch mal bei den Ex-Kelly Family Mitgliedern, die eine Solokarriere verfolgen. Zu einem kleinen Konkurrenzkampf kommt, sieht die Mutter zweier Söhne als etwas Positives. Konkurrenz gibt es bei allen Menschen. Ob wir Cousinen oder Geschwister sind oder nicht. Konkurrenz ist an sich eine positive Sache.